Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich los geht mit einem neuen Video von Modern Value Investing. Wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Ihr müsst euch immer eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, doch andere schauen am Dienstag den Dow-Dienstag und heute sprechen wir über die United Health Group. Wie gehen wir vor? Als allererstes schauen wir uns an, das Geschäftsmodell und die Fakten. Betrachten die News, die verschiedenen Strukturen, nehmen einen Vergleich der Peer Group anhand der Gesamtkapitalrendite vor. Schauen uns an, in welchen Segmenten die United Health Group tätig ist, verteilen die Umsätze innerhalb der Segmente und natürlich nach den Regionen. Dann kommen wir zu wichtigen Kennzahlen und den Aussichten. Anschließend nehmen wir eine Einteilung nach Peter Lynch vor und handeln nach dieser Einteilung. Dann ermitteln wir den Levermann und den Petrovsky F-Score. Am Ende gibt es wie immer ein Für und Wider, sprich Pro und Contra. Was könnte für und was könnte gegen eine weitere Betrachtung von der United Health Group sprechen? Steigen wir direkt ein mit dem Geschäftsmodell. United Health Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsversorger. Wie das genau aussieht, sehen wir im Späteren. Schauen wir uns die Fakten an und hier sehen wir, das Unternehmen wurde 1977 gegründet, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 220 Milliarden US-Dollar und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 226 Milliarden US-Dollar mit 260.000 Mitarbeitern erwirtschaftet. Machen wir direkt weiter mit den aktuellen News. Im Jahr 2018 hat der US-Krankenversicherer United Health die Latte nochmal nach oben gelegt und hat gesagt, wir wollen noch mehr Umsatz und Gewinn erzielen. Am 15.01. Anfang des Jahres haben sie genau das gleiche wieder bekannt gegeben und am 16.04. haben sie wieder bekannt gegeben, dass sie mit noch mehr Umsatz und noch mehr Gewinn rechnen. Das heißt, sie haben dreimal hintereinander, alle drei Quartale, haben sie die Prognosen nach oben geschraubt und sich selber höhere Erwartungen gesteckt. Machen wir weiter mit den verschiedenen Strukturen. Hier betrachten wir die Aktionärs-, Chart-, Dividenden- und Aktienrückkaufsstruktur. Bei der Aktionärsstruktur sehen wir wieder folgendes, wir haben wieder starke institutionelle Investoren dabei, zum Beispiel BlackRock, Fidelity oder auch die Vanguard Group. Beim Chart sehen wir folgendes, dass wenn wir vor fünf Jahren 1.000 Euro investiert hätten, wir eine Rendite von 273,8% erwirtschaftet hätten, sprich aus den 1.000 Euro werden 3.738 Euro. Dazu gibt es noch eine Dividende und hier wäre die Rendite 289,2% gewesen. Heißt, aus 1.000 Euro Investment werden 3.892 Euro. Die aktuelle Dividende liegt bei 3,60$. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,55%. Die Dividende wird viermal pro Jahr bezahlt, in den Monaten März, Juni, September und Dezember, bei einer aktuellen Ausschüttungsquote von ca. 28%. Aktienrückkäufe gibt es auch. Aktuell gibt es ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen Aktien. Dies hat begonnen am 6.06.2018. Ich habe aber nichts dazu gefunden, wie der aktuelle Stand ist. Weiter geht's mit der Gesamtkapitalrendite. Diese setzt sich wie immer zusammen aus dem Asset 152 Milliarden US-Dollar und dem EBIT 17,3 Milliarden US-Dollar. Macht eine Gesamtkapitalrendite von 11,39%, aber ich habe kein Unternehmen gefunden, das ein ähnliches Geschäftsmodell hat. Aktuell ist es ja bekannt, dass CVS Health den US-Krankenversicherer Aetna übernommen hat. Man vermutet oder man könnte davon ausgehen, dass CVS Health hier versucht, ein ähnliches Geschäftsmodell zu etablieren. Weiter geht's mit den Segmenten. Die United Health Group berichtet in vier Segmenten. United Healthcare, sprich Krankenversicherung, Optum RX oder Optum Health, das ist die Verwaltung von Versicherungsplänen, und Optum Insight, das sind Computerdienstleistungen im Gesundheitsmanagement. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wo in welchen Segmenten die Umsätze erzielt werden und natürlich regional in welchen Regionen. Und da sehen wir, United Healthcare, sprich die Krankenversicherung, macht 81,2% der Umsätze aus, Optum RX 13,3%, Optum Health 4%, Optum Insight 1,5% und 96% der Umsätze werden in der USA erzielt, im Rest der Welt 4%. Jetzt schauen wir uns natürlich die einzelnen Segmente an und da sehen wir, von 2016 bis 2018 konnte der Umsatz von 148 Milliarden US-Dollar auf 183 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden. Der Gewinn konnte von 7,3 Milliarden auf 9,11 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden. Die operative Marge konnte von 4,92% auf 4,97% ausgebaut werden. Im Bereich Optum Health, also der Verwaltung von Versicherungsplänen, sehen wir auch hier, der Umsatz konnte von 2016 bis 2018 von 16,91 Milliarden US-Dollar auf 24,15 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn von 1,43 Milliarden US-Dollar auf 2,43 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge konnte ausgebaut werden von 8,45% auf 10,06%. Das Segment Optum RX, also auch wieder eine weitere Verwaltung von Versicherungsplänen, konnte den Umsatz von 60,44 Milliarden US-Dollar auf 69,54 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der Gewinn konnte von 2,68 Milliarden US-Dollar auf 3,56 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden. Die operative Marge von 4,44% auf 5,12% erhöht werden. Der Bereich Optum Insight, also die Computerdienstleistung im Gesundheitsmanagement, konnten ihre Umsätze von 7,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 9,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 aufbauen. Der Gewinn konnte von 1,51 Milliarden US-Dollar auf 2,24 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden und die operative Marge von 20,63% auf 24,9% erhöht werden. Insgesamt sehen wir folgendes, 50% der Gewinne werden mit dem Bereich United Healthcare erwirtschaftet, 20,5% auf Optum RX und 14% auf Optum Health. Optum Insight macht knapp 13% der Gewinne aus. Jetzt kommen wir zu wichtigen Kennzahlen und hier betrachten wir die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, die Zinslast, die Dividende und das KGV sowie die Aktienanzahl. Bei der operative Marge sehen wir, diese schwankt zwischen 7 und 8% und wir haben nur eine Schwankung von 12,5%. Die durchschnittliche operative Marge liegt bei 7,8%. Zwischen 2009 und 2018 konnten Umsätze und Gewinne gesteigert werden und dies sogar deutlich. Beim Free Cashflow sehen wir folgendes, der durchschnittliche Free Cashflow liegt bei 7,6 Milliarden US-Dollar, aktuell steht er bei 13,65 Milliarden US-Dollar. Auch hier konnte er deutlich von 2009 bis 2018 ausgebaut werden. Der Buchwert, die Aktie hat auch zugelegt, von 36,52 im Durchschnitt auf aktuell 58,57, 2009 lag er noch bei 20,58. Bei der Verschuldung, hier schauen wir uns wie immer die Zinsaufwendungen an, hier sehen wir diese sind aktuell bei 1,4 Milliarden US-Dollar, im Durchschnitt bei 1,01 Milliarden US-Dollar. Bei der Dividende und dem KGV sehen wir folgendes, der Durchschnitt der Dividende liegt bei 1,32 Dollar, aktuell liegt die Dividende aber bei 3,45 Dollar. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 17,93, aktuell aber bei 28,3. Das durchschnittliche KGV liegt bei 15,07, im Jahr 2018 lag es bei 20. Bei der Aktienanzahl in Millionen sehen wir, wir haben im Durchschnitt 1.006,7 Millionen Aktien draußen, aber im Jahr 2018 gab es nur noch 960 Millionen Aktien. Insgesamt im Vergleich sehen wir jetzt folgendes, die operative Marge ist aktuell 3% höher als der Schnitt, der Free Cashflow sogar 80%, der Buchwert 60%, die Zinsaufwendungen leider 39% über dem historischen Schnitt, dafür ist das KGV Expected von 14,63% unter dem historischen Schnitt und die Dividende ist mehr als doppelt so hoch bei 3,45 Dollar, bei einem Durchschnitt von 1,32 Dollar. Schauen wir uns die Aussichten an und hier sehen wir, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden, der Ebel soll zulegen, der Gewinn je Aktie soll zulegen und auch die Dividende je Aktie soll zulegen. Analysten gehen davon aus, dass zwischen 2017 und 2021 der EPS pro Jahr um durchschnittlich 11,33% pro Jahr steigen wird und die Dividende um 11,68%. Was würde eigentlich Peter Lynch sagen? Peter Lynch würde uns sagen, wir haben ein nicht-zyklisches Unternehmen, weil wir haben eine geringe Schwankung der operativen Marge, dafür haben wir einen Fast Grower, weil das Gewinnwachstum über 10% liegt plus eine geringe Dividende, er würde empfehlen Buy and Hold. Weiter geht es mit dem Susan-Levermann-Score. Fangen wir direkt an. Als allererstes wie immer mit einer Marktkapitalisierung von 220 Milliarden US-Dollar haben wir einen Large Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 21,32% ein Punkt. Die Ebit-Marge liegt bei 7,67% null Punkte. Die Eigenkapitalquote liegt bei 36,94% ein Punkt. Punkt Nummer 4, das KGV der letzten drei plus das KGV der nächsten zwei Jahre liegt bei 18,72% minus ein Punkt. Das aktuelle KGV liegt bei 14,6% null Punkte. Analysten raten mehrheitlich zum Kaufen minus ein Punkt. Die Reaktion auf die Quartalzahlen plus 2,9% ging es nach oben, ein Punkt. Die Gewinnrevision, hier gab es eine leichte nach oben, 0,07% ging es hoch, minus ein Punkt. Der Kursverlauf der letzten sechs Monate, minus 11,5% ging es nach unten, minus ein Punkt. Der Kursverlauf der letzten zwölf Monate, 3,4% ging es nach oben, 0 Punkte. Aber ihr erahnt es, wir haben jetzt eine Trendumkehr von positiv in negativ, minus ein Punkt. Verglichen mit dem Index haben wir mal besser, mal schlechter abgeschnitten, 0 Punkte. Punkt Nummer 13, das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr soll ungefähr 12,85% betragen, ein Punkt. Macht, summa summarum, leider minus ein Punkt, was bedeuten könnte, verkaufen. Jetzt schauen wir uns noch an, wie hoch ist eigentlich der Petrovski F-Score. Dieser betrachtet Profitabilität, Finanzierung und operative Effizienz. Als allererstes, wie immer, haben wir einen positiven Jahresüberschuss? Ja, das haben wir, ein Punkt. Haben wir einen positiven Cashflow? Ja, das haben wir, ein Punkt. Haben wir eine Gesamtkapitalrendite, die höher ist als im Vorjahr? Ja, das ist sie, ein Punkt. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss? Nein, ist er nicht, 0 Punkte. Ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert worden? Nein, ist er auch nicht, 0 Punkte. Punkt Nummer 6 ist die Liquidität dritten Grad ist höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, ein Punkt. Punkt Nummer 7 ist die Anzahl der Aktien höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht, ein Punkt. Punkt Nummer 8 ist die Rohmarge höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, ein Punkt. Punkt Nummer 9 ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? Ja, das ist er auch, ein Punkt. Summa summarum macht das 7 von 9 möglichen Punkten nach dem Petrovski F-Score. Lohnt sich eine weitere Betrachtung? Fassen wir noch einmal zusammen. Wie immer als allererstes, ja, wir haben ein verständliches Geschäftsmodell. Dazu gibt es eine Gesamtkapitalrendite, die akzeptabel ist, 11,39%. Eine Übersicht über die Segmente, in denen das Unternehmen Geld verdient, haben wir auch. Dazu haben wir nach Peter Lynch ein Fastgrower, das bedeutet Buy and Hold. Nach Susan Levermann minus ein Punkt, was bedeuten könnte, verkaufen. Und der Petrovski F-Score könnte bei 7 von 9 möglichen Punkten liegen. Jetzt habe ich für dich natürlich wie immer 3 Sachen, die für eine weitere Betrachtung sprechen könnten. Punkt Nummer 1, wir haben starkes Wachstum im Bereich EPS, also Gewinn je Aktie und der Dividende. Dazu kommt der Petrovski F-Score, ist sehr akzeptabel von 7 von 9 möglichen Punkten. Und die Gesamtkapitalrendite ist mit 11,39% nicht außer Acht zu lassen. Zwei Punkte, die dagegen sprechen könnten. Punkt Nummer 1, der Levermann-Score aktuell bei minus einem Punkt. Und die Politik in der USA, die Demokraten fordern ja ein Gesundheitssystem, alles aus nur einer Hand und nur noch einen Versicherer. Aber jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Lohnt sich für dich eine weitere Betrachtung von United Health? Oder hast du sie sogar im Depot? Schreib uns das doch in die Kommentare. Ja, nein, vielleicht, wieso, weshalb, warum? Oben rechts kannst du wie immer abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt für dich ein Kauf ist. Und unten rechts kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Dazu habe ich noch für dich das Video von CVS Health, was ich auch schon vorgestellt habe. Wie gesagt, CVS Health übernimmt ja gerade den US-Versicherer Aetnau, der hat diesen auch schon übernommen. Und es könnte dabei ein ähnliches Geschäftsmodell rauskommen. Was hältst du denn auch von CVS Health? Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden versuchen, diesen zu finden und natürlich in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.